Hallo und herzlich willkommen bei MIGA Caravan in Dingesbühl. Ihr seid wieder bei mir auf dem Kanal gelandet. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich möchte euch heute ein kleines Video darbieten, was wieder mal weniger mit Technik zu tun hat, sondern so ein bisschen die LTE-Geschichte im Wohnmobil darlegt, offenlegt meine Recherchen, was das ergeben hat, zu welchem Schluss ich für mich gekommen bin. Natürlich ist das eine Geschichte, wo jeder für sich frei erzählen kann oder frei entscheiden muss und frei sich da weiter informieren kann, natürlich. Ich sage nur, für mich hat das schon so ein bisschen mir die Augen geöffnet und es gibt da natürlich noch Menschen und Freaks, die machen das auch beruflich, die wissen dann noch viel, viel mehr Hintergrundinformationen, aber ich für mich in meinem Leinen, Leinumgang mit dem Netz, mit LTE, mit Router und Internet, was ich mache, Streaming, Videos hochladen, Videos downloaden und so weiter. Ja, dazu möchte ich euch ein kleines Video machen, weil ja immer wieder die Frage im Raum steht, welche Antenne nutze ich? Ist es das das Beste, das das Beste? Ich glaube, da gibt es ja gar nicht, was das Beste ist, weil gut sind sie alle irgendwo und ja, das möchte ich euch einfach mal mitgeben und wenn ihr daran interessiert seid, das mit mir durchzugehen, dann bleibt am besten dran, guckt es euch mit mir gemeinsam an und ich freue mich drauf. Legen wir los. Ja, so, nun habe ich hier ein paar Antennen im LTE-Bereich für Wohnmobile vorbereitet. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten und Möglichkeiten mittlerweile. Ihr seht schon hier an der Bandbreite, was hier alles machbar ist und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von dem, was es aktuell auf dem Markt denn so gibt und ich möchte heute einfach mit euch mal so ein bisschen drüber philosophieren und so ein bisschen drüber reden, was ist denn Sinn oder Unsinn der LTE-Geschichte, vor allen Dingen für wen ist es denn wichtig und ist denn wirklich der ein oder andere Unterschied wirklich zu spüren. Gehen wir doch jetzt einfach mal Antenne für Antenne kurz durch. Wir haben jetzt hier zu meiner Linken anfänglich die meistverbreiteste Max-View mit einem kleinen schicken Ruder, hat einen SIM-Slot, wo man ohne Probleme die SIM-Karte einführen kann, hat zwei LAN-Anschlüsse, hier hinten kommen die Antennen dran und ja, das war's. Hier vorne haben wir den Stromanschluss, relativ simpel, mit einer kleinen Wandhalterung kann man das Ganze ohne schicke Probleme, also ohne große Mühe, dann eben in einem Schrank verstauen. Hier haben wir die Antenne, optisch tut sich das Ganze nichts. So, hier haben wir aber schon den ersten Punkt, hier haben wir die Koaxialkabel, nennen die sich. Das sind, ja, ich weiß nicht, ich glaube 50 Zentimeter, wo da dran sind, halber Meter, damit man natürlich ins Fahrzeuginnere kommt, die meistens nicht immer ausreichen, da muss man es verlängern und da geht dann das Dilemma schon los. Wenn man sie verlängert, geht es gewaltig auf Empfangsqualität, weil Koaxialkabel natürlich pro 10 Zentimeter wirklich viel Leistung schlucken. Die Max-View ist eine, ja, wie soll man sagen, 4G-Ausstattung mit Cat4, auf das gehe ich dann später näher nochmal ein, weil das, was hier liegt, ist fast alles in der Liga. Dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt dann wirklich die große Rolle spielt, weil ich habe in meinen Recherchen für mich da ein bisschen was rausgefunden, weil die Diskussion ja immer geht wie Cat4, Cat5, Cat8, Cat6, Cat12 bis hin zu Cat19 und noch höher, aber dazu gleich noch mehr. Dann gehen wir hier weiter zu Oyster Connect. Wie ich finde, eine sehr gelungene Antenne, sie ist sehr windschnittig. Hier haben wir den Router liegen, auch wieder hier entsprechend relativ simpel aufgebaut, leichtes Gerät, wird schön im Schrank verspaut. Toll finde ich hier 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz Bandbreite. Also man hat zum Beispiel bei der Antenne, gibt es einen Test, da konnte man sich circa einen Kilometer, also es war jetzt freies Sichtfeld, vom Fahrzeug entfernen und man hat immer noch sein brauchbares WLAN gehabt, wo man nutzen konnte. Also das ist keine schlechte Sache, finde ich. Die Antenne hat einen entscheidenden Vorteil, das sagt auch Oyster. Die Antenne ist relativ frei zu platzieren auf dem Dach, weil ich habe hier kein Koaxialkabel, sondern ein Datenkabel. Der feine Unterschied ist, die SIM-Karte steckt hier in der Schüssel drin. Man macht vier Schrauben auf, hebt die ab, kann die SIM-Karte reinstecken und schon ist das Ganze betriebsbereit, klicke ich hier unten mit dem Datenkabel an, was natürlich auch verlängert werden kann, weil hierdurch verliere ich keine Leistung und somit habe ich immer die optimale Leistung und Empfangsqualität auf dem Dach direkt. Das wiederum hat den großen Vorteil gegenüber einer MaxView, gegenüber allen anderen, wo hier liegen, mit Koaxialkabeln, hat die den Vorteil, dass sie eine sehr hohe Reichweite hat, weil 0,0 Verluste durch Kabel da sind. Und das ist schon eine ganz tolle Sache. Also da muss man sagen, hat sich Oyster schon ein bisschen was gedacht und finde ich persönlich auch schon mal nicht schlecht. Dann ging die Diskussion oft los, ja SIM-Karte oben auf dem Dach. Also ja, kann man jetzt drüber diskutieren, aber diejenigen, die solche Antennen schon im Gebrauch haben und mal Hand aufs Herz, wie oft tauscht ihr denn bitte die SIM-Karten aus? Also wenn ich mir mein Fahrzeug ausstatte, kommt eine DatensIM rein und zu denen komme ich dann übrigens gleich noch. Eine DatensIM rein, wo ich in Europa nutzen kann mit meinem gewissen Datenvolumen und dann lasse ich die da drin. Jetzt können wir darüber diskutieren, dass ich jetzt in Spanien vielleicht eine DatensIM kriege, wo dann diese Daten 3,50 Euro weniger koste, wenn ich mit Prepaid arbeite. Kann man tun, aber ich glaube, da gibt es auch keine vernünftigen Tarife. Und selbst wenn ich das tun möchte, ist das kein Problem. Die Oyster kann man in Dach-Lugennähe verbauen. Dann gehe ich schnell da hoch, löse die vier Schräubchen und tausche die SIM-Karte. Also es braucht vielleicht fünf Minuten länger, wie wenn ich meinen Schrank aufmache und hier die SIM-Karte wechsle. Es ist kein großer Umstand, also muss ich wirklich sagen. Und nein, die wird deswegen nicht undicht und ich kann da SIM-Karten wechseln, so oft ich will. Das ist alles kein Problem. Also hat schon echte Vorteile, muss man ganz klar sagen. Dann gehen wir weiter hier zu der Antenne Caratec. Alles auch wieder 4G. Auch diese Antenne hat Koaxialkabel verbaut. Und ihr seht jetzt schon hier an der Länge der Kabel, also die sind schon deutlich länger, auch wie bei der Max-HU. Die Antenne selber ist nicht schlecht, kann man nicht meckern. Sie hat halt eine tolle Aufbauform, kommt natürlich noch auf ein, ja wie sagt man, so ein Montageding drauf. Ist nicht schlecht. Hier haben wir jetzt allerdings einen Router, der birgt zwei SIM-Karten. Auch hier lässt sich jetzt natürlich wieder über Sinn oder Unsinn streiten. Brauche ich zwei SIM-Karten. Also mir ist jetzt die zweite SIM-Karte nicht ganz so geläufig, warum ich die brauche. Das heißt, ich habe eine DatensIM, die lasse ich drin. Und eine länderspezifische SIM, wenn ich denn in dem Land bin. Und dann schalte ich halt da um. Das ist jetzt hier der Vorteil. Ob ich mich jetzt deswegen für die Antenne entscheiden würde, weiß ich nicht. Dann hat sie hier hinten vier LAN-Anschlüsse. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ich glaube nicht, dass ich das bräuchte. Also darum glaube ich nicht, dass das mir letztlich gut helfen würde. Weil, was mache ich mit vier LAN-Anschlüssen? Also weiß ich nicht. Im Wohnmobil mache ich das ja WLAN-technisch und nicht LAN-technisch. Also von dem her kann ich das nicht hundertprozentig beantworten. Somit wäre für mich jetzt das kein Kriterium, die Antenne zu kaufen. Aber das sieht jeder für sich dann selber. Der eine möchte das, der andere möchte das. Der eine ist natürlich auch von der Bauform abhängig. Man sagt, die gefällt mir besser oder davon ist er besser überzeugt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich hat es jetzt nicht so wirklich überzeugt. So, jetzt kommen wir noch zu einer speziellen Antenne. Und zwar haben wir hier von der Firma Connex. Und ihr seht schon, was auf dem Ruder steht. Und das ist nämlich ein Cut-4, äh Quatsch, ein Cut-6-Ruder. Komm, jetzt geht er gar nicht raus. Tolle Geschichte. Da kommt hier hinten auch die SIM-Karte rein. Überhaupt kein Problem. Können wir mal kurz aufmachen. So, hier haben wir nämlich einen SIM-Karten-Slot und einen SD-Slot. Dementsprechend. Und finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Schöner, kleiner Ruder mit Wandhalterung. Stromanschluss, zwei LAN-Anschlüsse. Okay, ich finde die LAN-Anschlüsse, ja, einen brauche ich natürlich schon. Aber im Wohnmobil weiß ich nicht. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt nutzen. Dann haben wir noch einen USB-Anschluss auf der Seite. Also richtig schönes, tolles Teil. Und dann kommt hier noch die Antenne dazu. Ja, die schaut jetzt ein bisschen aus wie hier. Die Max-View, alles toll. Die hat natürlich auch den Vorteil, dass sie 5G-tauglich ist. Das kommt auch noch dazu. Und Cut-6 ist natürlich für die Freaks, die auf das stehen, schon eine Ansage. Aber jetzt möchte ich mal, das waren jetzt mal grob die Antennen, jetzt möchte ich mal grob drauf eingehen. Was bedeutet denn überhaupt die ganze Cut-Geschichte? Was sagt uns das denn aus? Was ist das für ein Vorteil? So, und zu der ganzen Geschichte habe ich mir jetzt natürlich ein paar Spickzettel gemacht. Also für die Kritiker unter euch, die mich dann schon wieder scheltern, weil ich jetzt irgendwas ablehse. Ja, natürlich, weil ich habe ein bisschen Recherche gemacht und ich habe es nicht auswendig gelernt. Weil ich sage ja immer dazu, ich bin nicht in Hollywood und bin auch kein Schauspieler. Und ich muss auch nicht alles auswendig lernen. Und darum habe ich das mir ausgedruckt, um ein paar Daten mal für mich zu recherchieren und euch wiederzugeben und mit euch auch mal drüber philosophieren, was das alles denn wirklich macht. Wie ihr dazu steht, was ihr denkt. Und da freue ich mich schon auf die Beiträge auch von euch. Also jetzt einmal grundsätzlich von der Hysterie, von der Historie, 2G kam 1996, hat man mit 2G angefangen. Und ich sage euch jetzt gleich immer dazu, so ein bisschen, jetzt muss ich aber erst rausfinden, wo das ist. Kleinen Moment. Genau, jetzt sage ich euch so ein bisschen dazu, auch die Datenraten. Also 2G hatten wir ungefähr damals 96, angefangen mit 0,2 Mbit. War natürlich schon ein bisschen langsam, klar. Die Datenmengen haben sich alle vervielfältigt und dann kamen ja die ganzen Streaming-Dienste. Dann ist man hoch auf 3G mit dem UMTS-Dienst. Da hat man dann 2004 losgelegt, waren dann schon 0,39 bis 0,4 Mbit. Dann hat man das hochgeschraubt. In 2006 bis 2009 ist man dann angelangt bei 42 Mbit. Und das war schon eine schöne Ansage. Und da muss man sagen, hat ja alles gut funktioniert. Man kann streamen, man kann Internet gucken, man kann Bilder durch die Welt schicken. Alles wunderbar und toll. Und 2010 kam 4G. Und jetzt Achtung, weil da bin ich nämlich ein bisschen erschrocken. Ich bin ja auch auf diesen Hype aufgesprungen. So vorwegen, man muss sich rüsten für die Zukunft. Ja, natürlich. Und ich bin euch vollkommen bei euch. Man muss schon, wenn man schon was neu verbaut, möchte man nicht die alte Technik haben. Absolut richtig. Aber man muss hören und staunen. 4G, was wir ja aktuell haben, hat eine Datenrate von 150 Mbit. 2014 wurde das Ganze nochmal hochgeschraubt bis 1 Gigabit. Also, ich habe mir dann einmal den Spaß gemacht und ich war ja früher auch mal im Außendienst und habe das Gebiet Baden-Württemberg so ein bisschen bereist und ins Bayerische rein. Und ich habe immer festgestellt mit meinem Handy, wir haben in Deutschland so viele herrliche, viele Funklöcher, dass es einfach fürchterlich ist. Genauso haben wir unwahrscheinlich viele Löcher, wo wir ganz geringe Datenmengen erreichen können. Also, ich zum Beispiel wohne in einem Ort, da erreiche ich, was erreiche ich? Also, ich erreiche keine 6 Mbit. Also, mir wurden von der Telekom versprochen, mit einer SIM-Karte, mit dem Telekom Hybrid-Router kombiniert, erreiche ich bis 50 Mbit. Ich habe das noch nie erreicht. Noch nie. Also, bei 10 bis 15 Mbit war Schluss. Also, höher geht das nicht. Die ganze Strecke von mir zu Hause bis hierher, sind es 15 Kilometer, habe ich teilweise null Empfang. Also, bis ein bisschen Empfang mit dem Handy. Worauf ich hinaus möchte, ist, da sind wir jetzt bei 4G und Cat 4. Weil die Cat-Aussage, Cat 4, Cat 5, Cat 6, ist ja nichts anderes, wie letztlich auch in der Hauptsache die Bandbreite, sprich die Geschwindigkeiten zu maximieren. Also, das heißt, bei Cat 4 haben wir eine Datenrate bis im Upload, im Download bis 150 Mbit. Im Upload bis 50 Mbit, im Cat 4-Bereich. Ich würde jetzt mal behaupten, wo wir Camping gehen, wo die Camping-Stellplätze sind, und ich gehe jetzt nicht auf die Großstädte ein, sondern wirklich im Land, wo man halt einfach gemütlich so ein bisschen die Natur hat, in Dörfern, wo halt so die Stellplätze sind. Also, ich traue mich behaupten, selbst bei Cat 4 erreichen die wenigsten von euch 150 Mbit im Download-Bereich auf den Stellplätzen. Meine Meinung und meine Erfahrung von dem, wo ich unterwegs bin. So, jetzt werden wir hochspielen. Wir wollen jetzt unbedingt einen Cat 6-Ruder oder einen Cat 8 oder Cat 9-Ruder, Cat 10 oder was auch aktuell, weil ja immer so geschimpft wird, weil alles veraltete Technik und es ist alles nicht mehr so wirklich Stand der Dinge, was natürlich im Detail auch so ein bisschen stimmt. Aber man muss auch immer dazu sagen, was macht mir denn das, wenn ich jetzt die neue Technik habe, aber ich kann sie ja nicht nutzen, weil es ja gar nicht funktioniert. Cat 6 hätten wir eine Datenrate, wenn sie es denn gäbe, 300 Mbit. Cat 12 hätten wir 600 Mbit. Also, Leute, ich weiß nicht. Also, in den Großstädten mag das stimmen. Also, Berlin, Hamburg mag durchaus sein. Da gibt es ja auch teilweise schon G5. Da kann das alles durchaus möglich sein. Aber wir haben eine 4G-Ausbeute oder 4G-Ausbaunetz ist in Deutschland, ich glaube jetzt aktuell, ich müsste nochmal genau nachlesen, bei 91, 92 Prozent. Also, nicht mal da bei 100 Prozent. Bei 5G sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und wie es aktuell ausschaut, durch das, dass ja die ganzen Anbieter privatisiert sind, wird es auch noch ewig lang dauern, bis es auf die Länder kommt, weil nur im Stadtgebiet macht 5G Sinn, weil da wird es natürlich auch gebraucht und finanziert und bezahlt. Aber auf den Ländern, es sind ja viel zu wenige, die das nutzen und dadurch ist es viel zu teuer, dass man es da ausbaut. Also, ich behaupte, da wird es nur lang dauern, bis wir auf allen Stellplätzen in Deutschland 5G mit Cat19 nutzen könnten. Weil 5G, Cat16, Cat19, dann hätten wir 1,7 Gigabit. Also, ich behaupte, das ist ein Traum, den ich zu Ende träumen kann. Ob ich es nur erlebt, weiß ich es nicht. Aber jetzt wieder zurück zur Frage 1. Woran merke ich das? Ich habe vielleicht im Download, wenn ich einen Film streame, also ich bin jetzt ganz ehrlich, selbst in der heutigen Zeit mit G4, merke ich nichts und mit Cat4, dass der Film ruckeln würde oder so weiter, wenn denn der Empfang denn wirklich passt. Wenn ich denn überhaupt die möglichen Empfangsgeschwindigkeiten nutzen kann, dann ruckelt da nichts. Also, es funktioniert ja alles tadellos. Auch die E-Mails kann ich hin und her schicken, wie ich brauche. Ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen abhängig davon ist, wer braucht denn das? Wenn ich natürlich ganz, ganz viele Business Camper bin und ganz viele Datenmengen hin und her schicken muss und das muss alles schnell gehen, dann bin ich vollkommen dabei. Aber ich glaube, das ist schon wirklich die ganz, ganz große Minderheit. Und meiner Meinung nach, wir sind ja alles Hobby Camper oder Urlaub Camper. Wir möchten halt mal einen Film streamen oder wir möchten mal im Internet gucken auf YouTube. Natürlich die, die Mega Caravan abonniert haben, die aktuellen Videos angucken. Das geht aber garantiert auch mit G4 und Cat4. Denn, jetzt kommt nämlich noch ein Punkt dazu. Die meisten SIM-Karten sind ja limitiert. Oder, wie sagt man da, begrenzt. Denn, wenn man nämlich wirklich mal guckt und ich gehe jetzt mal von, kommt auch natürlich aufs Geld drauf an, was ich investieren möchte. Aber, da ich ja diese SIM-Karte nicht immer rund um die Uhr nutzen muss, möchte ich mir hier zum Beispiel für mich Kongstar, tolle, tolle Geschichte, weil das das D1-Netz ist, also das Telekom-Netz und das ist natürlich mit am besten ausgebaut. Wenn ich jetzt hier den L-Tarif nehme, reine Datenvolumen nehme, dann muss ich schon fast schmunzeln. Ich kann es auch kurz in die Kamera halten, aber ich blende es dann auch nochmal ein. Ist nämlich die Geschichte, die SIM-Karte in der Datenmenge auf 25 Mbit begrenzt. Also, selbst, es gibt eine zubuchbare Option, das heißt, ich kann dann bis 50 Mbit nutzen, bin aber noch weit von der Cat4 angegebenen 150 Mbit-Rate. Also, man muss da auch einmal ganz klar aufpassen, ob denn wirklich dann auch der Tarif, den man denn hat, das auch hergibt. Ich habe dann weiter recherchiert und bin dann auch fündig worden bei der Telekom. Telekom bietet einen Tarif an, zum Beispiel, wo die Catte bis 300 Mbit kann. Das wäre jetzt Cat5 oder Vodafone mit 500 Mbit. Aber dann muss man dazu sagen, zahlen wir schon mal 80, 90 Euro pro Monat. Also, für ein Camping, no way. Viel zu heftig. Also, würde ich im Leben nie ausgeben. Vor allen Dingen macht es ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn. Weil 90 Euro, dazu brauche ich die Catte viel zu wenig, macht für mich keinen Nutzen, dass ich hier aufrüste. Und noch dazu, wo ich ja wahrscheinlich die Empfangsqualität gar nicht habe und auch gar nicht bekomme. Wenn wir dann mal weiter gucken, ich habe dann hier nochmal eine Kleinigkeit, wo auch klar dokumentiert wird, dass natürlich die Kategorien wie Cat8, Cat14, Cat17, alles ein theoretischer Wert ist. Also, rein theoretisch. Und jetzt müssen wir da mal wieder ganz, ganz wirklich richtig, und die Freaks von euch, die wissen das, wenn wir jetzt wirklich Cat14 oder die angesprochenen Cat17 hier nutzen wollen, dann müsste der Nutzer je 8 Antennen aufs Dach montieren. Nicht eine. Das bringt gar nichts. Also, allein hier sind wir schon wieder komplett limitiert, weil das so nicht funktioniert. Und ich kann ja nur die Frequenzen auch alle nutzen, wenn ich die jeweiligen Antennen dafür habe. Also, auch da wieder ein Punkt, wo ich sage, macht man es, macht man es nicht. Macht es auch wirklich Sinn? Ist es wirklich der Nutzen, den ich haben möchte, oder habe ich diesen Nutzen, den ich da bekomme? Und ich gehe jetzt gar nicht vom Geld aus, weil plus, minus, das muss ich auch zugeben, kosten die alle so ums gleiche Geld. Von 400, ich glaube, 450 bis, selbst die Cat19 liegt, glaube ich, bei 600 irgendwas. Also, dann kommt es auch noch ein bisschen auf den Ruder drauf an. Die teuerste ist hier die Oyster. Müsst ihr jetzt genau nochmal nachschauen. Ich weise jetzt nicht aus, wenn ich mit 800 Euro und ein paar zerquetschte. Wenn ihr mich aber jetzt fragt, letztlich, was würde ich nehmen? Ich als Person? Mika Karawan? Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr unschlüssig, weil die Daten hier sind schon sehr verwirrend, auch für mich. Ich bin jetzt auch kein wirklicher Freak. Ich sage das auch wieder mit meinen Laien-Worten zu euch, wie ihr mich kennt, weil ich möchte hier gar keine Partei ergreifen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, das ist schlecht, das ist gut oder das ist schlecht und das ist gut, sondern einfach nur euch ein bisschen Daten an die Hände geben, wo man auch mit seinem eigenen Sachverstand so ein bisschen dran arbeiten kann. Ich meine, wenn ich eine SIM-Karte habe, die schon auf 25 Mbit oder 50 Mbit begrenzt ist, für was brauche ich dann ein G5-Router, der zwar das Ganze kann, aber die Karte mir nicht gibt? Punkt 1. Punkt 2. Was mache ich mit Kat 5 oder mit Kat 19 oder selbst G5, wenn ich außerhalb von den Großstädten noch lange weiter von entfernt bin, G5 überhaupt nutzen zu können? Nach wie vor ist hier ein Riesenthema mit dem Ausbauenetz, was ich vorhin ja schon kurz erwähnt habe und ich glaube, dass das noch lange Zeit dauern wird, bis wir wirklich flächendeckend auf G5 sind. Also ich glaube, da wird man mit G4 noch eine Zeit leben müssen. Wir leben ja auch nicht schlecht mit G4. G5, wenn wir jetzt da nochmal kurz abschweifen, für was brauchen wir eigentlich das G5-Netz? Das G5-Netz braucht man ja nicht, damit man schneller Filme angucken kann oder schneller Bilder schicken kann, sondern das G5-Netz ist ja eigentlich hauptsächlich daraus entstanden, weil man das autonome Fahren von weg treiben will und natürlich jetzt, Achtung, wenn alle 80 Millionen oder 88 Millionen deutschen Bürger, nehmen wir mal die Hälfte davon, 44 oder 40 Millionen, um es rund zu machen, auf einmal alle Autofahren und alle autonom fahren, dann brauchen wir natürlich ein Datennetz, was das wahnsinnig schnell verarbeiten kann, weil das wäre ja katastrophal, wenn das nicht funktionieren würde und dafür braucht man ein G5-Netz oder dann vielleicht noch schnellere Netze, wo noch gar nicht in Aussicht sind. Aber für das, was ich, ich, Michael Scheuermann oder ihr vielleicht braucht, behaupte ich jetzt, ist das G4-Netz mit Cat4 erstmals vollkommen ausreichend. Beruflicherseits kann es sein, dass man sagt, man schwenkt sich hoch auf Cat6, damit man, wenn man es denn geboten bekommt und auch bereit ist, diese 80 Euro zu zahlen, um eine Katte mit 300 Mbit zu besitzen, das auch nutzen kann, dann kann man natürlich sagen, nämlich eine Cat6-Antenne. Ich, nach meinem heutigen Wissensstand und nach den Recherchen, ich bin jetzt wirklich fast geneigt, mich zu der Äußer zu tendieren, weil mich die Begeisterung festhält, dass ich keinen Datenverlust durch dieses Datenkabel habe, weil eben Datenkabel, kein Koaxialkabel, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, weil die durch ihr 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz wirklich ein schönes weites WLAN hat, wenn ich auch mal im Campingplatz irgendwo unterwegs bin und die Antenne, da kein Kabelverlust, kein Koaxialverlust, die Antenne eine öffentliche Reichweite hat. Und das sind die Punkte, wo mich eigentlich begeistern, muss ich ganz ehrlich sagen, die gefallen mir sehr gut und daher würde ich persönlich, das ist aber wirklich nur meine eigenste persönliche Entscheidung, mich aktuell auf die Äußer stützen. Ich würde mich aber auch nicht scheuen, nochmal eine MaxView zu verbauen oder eine Karatec, weil ich behaupte nach wie vor und bitte, ich weiß, es gibt im Netz diese Tests, wo sich Menschen mit drei Antennen irgendwo hinstellen und drücken auf Speedtest und messen, welche ist um wie viel schneller. Das ist auch wieder so eine Sache wie mit den Solarplatten. Ist natürlich korrekt, das passt auch, man muss das dann dementsprechend, wenn man denn das so tut, auch sauber dokumentieren. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber wichtig ist doch, oder das viel Wichtigere ist doch, ab einer gewissen Datenmenge oder ab einer gewissen Geschwindigkeit Download, Upload, spüren wir den Unterschied ja gar nicht mehr. Weil ich bin jetzt ganz ehrlich, ob ich die E-Mail in einer Sekunde oder in drei Sekunden verschicke, ist das jetzt wirklich relevant? Nein. Der Film, wenn downloaded, wenn ich den Stream und der hakt, dann würde ich sagen, vollkommen richtig. Aber solange der fließend durchläuft, dann nützt mir auch kein schnelleres Internet. Was? Weil der Film läuft ja deswegen nicht schneller, um Gottes Willen, weil sonst würde ich ja nichts mehr verstehen. Dann wäre es ja ein Zeitrafferfilm. Also auch das ist ja vollkommener Quatsch. So ist die Frage, ab einer gewissen Temperatur spürt man auch nicht mehr, dass es noch kälter wird. Weil mehr wie, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, minus 20, minus 25 Grad können wir fühlen, dass es fürchterlich kalt ist. Aber der Unterschied zu minus 25, zu minus 50 merken wir nicht mehr. Genauso glaube ich, behaupte ich, den Unterschied von 150 Mbit zu 300 Mbit. Ich glaube nicht, dass wir das merken. Im Gebrauch. Ich glaube nur, dass wir das messen können. Definitiv, ganz klar. Kann man natürlich messen, wie alles im Leben. Aber ist es dann wirklich für mich als User noch von Nützen? Also ich arbeite schon sehr viel mit Handy und Internet und habe immer ein hohes Datenvolumen gehabt im Monat und habe ich auch immer noch. Also ich brauche das auch, weil ich unheimlich viel lese, recherchiere, surfe, nachlese, gucke, Filme schaue, auch mit dem Handy. Und ich komme immer klar. Ich fluche nur manchmal, wenn ich eben wieder mal auf dem Dorf bin, wo eh kein Empfang ist. Aber da nützt mir auch keine Cut19-Antenne. was? Oder die G5-Antenne, weil es ist kein Empfang da. Also ja, was ist das Resümee von der ganzen Geschichte? Ich finde, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass man vielleicht das Ganze nicht überspitzt zieht. Absolut richtig. Tolle neue Technik ist wichtig. Es gibt ja auch tolle Router, wo man dementsprechend nutzen kann. Ich sage für mich, ich bin gerade aktuell hier als Favorit. Das ist nicht schlecht. Ich sehe nur die ganze Sinnhaftigkeit noch nicht ganz so extrem, weil eben unsere Netze gar nicht dafür ausgelegt sind. Und ich bin auch definitiv nicht bereit, hier 80 Euro im Monat abzudrücken für 300 Mbit, weil ich eben hier sage, ich spüre die Geschwindigkeit gar nicht. Und wenn ich hier eine Karte kriege für 22 Euro im Monat mit 25 Mbit, wo ich auch tadellos streamen kann, gucken kann, YouTube schauen kann, E-Mails, Bilder schicken kann und, 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 kann ich ja auch noch upgraden auf 50. Selbst da, glaube ich, ist schon viel gewonnen. Und die meisten Prepaid-Karten sind ja eh begrenzt auf dementsprechend 50 bis 100 Mbit. Also, da muss man sich dann wirklich fragen, was nützt mir das Ganze, wenn ich doch die Karte und die Möglichkeit gar nicht habe. Das als kleines LTE-Special von MIGA Caravan. Ich weiß nicht, ob es euch ein bisschen was geholfen hat im Verständnis her. Vielleicht war es auch ein bisschen laienhaft ausgedrückt. Klar, ich bin auch kein Spezialist. Ich kann nur sagen, man muss sich das wirklich mal genau überlegen und hinterdenken, wie man sich da aufrüsten, ausstatten und aufstellen möchte. Ja, hei, das waren natürlich wieder jede Menge Informationen mit vielen, vielen Zahlen und Bits und Megabits, Mbits, Gigabits. Ich hoffe, ich habe euch das Ganze ein bisschen in meiner Sprache verdeutlichen können. Wie ihr dazu steht, muss natürlich selber jeder von euch entscheiden. Aber was mich wirklich brennend interessieren würde und vielleicht ist auch unter euch jemand, der das auch gut aufdecken kann, da bin ich mir ganz sicher, schreibt es bitte ruhig gern in den Kommentaren, falls ich was vergessen habe bei der ganzen Geschichte oder falls ich irgendwas übersehen habe. Jedenfalls für mich ist es in der ganzen Geschichte eben so rausgekommen, dass ich zwar hardware-technisch was kaufen kann, was unheimlich viel kann, aber ich es leider nicht nutzen kann, weil die Gegebenheit, sprich die Netze sowie die SIM-Karten es noch gar nicht hergeben und wenn dann andeutungsweise für richtig viel Geld pro Monat und da frage ich mich dann schon persönlich, wo ist hier der Nutzen davon, wo ist hier die Quintessenz dann sich die Hardware auch so auszustatten. Weiß ich nicht. Also das hat sich mir eben noch nicht so ganz erschlossen. Jetzt kann man sicherlich sagen, in dem einen Beispiel, wenn ich keine Ahnung in einem großen Campingplatz stehe mit 3000 Campern und alle wollen auf ein WLAN-Netz zugreifen, dann wird es eng. Ja, das stimmt, das ist richtig. Dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen enger wird. Aber ich glaube, dann kann es auch mit einem Cut-19 enger werden, weil halt schlichtweg einfach das Netz überlastet ist. Und wenn das Netz überlastet ist, nützt einem die tollste Antenne nichts und der beste Empfang nichts. Und ich glaube, es gibt von euch ganz viele, die das auch schon deutlich gespürt gespürt haben, ich bei mir zu Hause jeden Abend, weil tagsüber ist, gerade am Wochenende immer, wenn Sommer ist, ein guter Empfang, da kommt man gut durch, aber abends merkt man dann, dass, wenn alle zu Hause sind, ihre Filme streamen und dass selbst meine wenigen 10 Mbits, wo ich da habe, 10 bis 15 Mbits, dann in die Knie gehen und dann habe ich vielleicht nur 5 Mbit, 4 Mbit und dann hakt es auch mal bei mir, aber selbst wir können mit 5 oder 6 Mbit noch locker Filme streamen, Netflix gucken, E-Mails schicken und im Internet surfen, also auch das geht ohne G5, ohne Cut 19 und ja, so ist für mich gerade aktuell und wenn ihr mich heute fragt, würde ich bis zum heutigen Tag, wie ich habe mich durch die Empfangsreichweite einfach in die Oyster verliebt, weil die halt einfach wirklich durch die Reichweite grandios ist und durch die 2,55 Gigahertz Möglichkeit, das ist etwas, was mir behakt, das gefällt mir, das glaube ich wäre jetzt meine Antenne, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Preis zu tun, nur würde ich jetzt verstehen, warum ich einen 19 Cut Router installieren soll und wenn ihn einfach nicht nutzen kann und wenn einfach auch diese Gegebenheit der SIM-Karte so ist, wie sie ist. Letztlich über die SIM-Karten ist auch so eine Philosophie, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, viele Anbieter. Ich habe mittlerweile am eigenen Leib verspürt, dass es wirklich leider Gottes und das ist keine Werbung, weil ich mag den Club eigentlich wirklich nicht, aber es den Netz überhaupt in Deutschland hat und selbst die haben nur einen Haufen Funklöcher, aber das ist nun mal mit das Beste. Ich habe jetzt aktuell eine SIM-Karte von 1&1 bei meinem privaten Handy und ich könnte heulen, weil ich muss die Empfangsqualität ist katastrophal, weil überall Netzlöcher sind und man einfach nicht wirklich durchkommt. Ja, in dem Sinn, ich freue mich auf eure Kommentare würde mich wirklich freuen. Bitte schreibt angeregt, wenn ich was vergessen habe, wenn ihr mir noch was eure Erfahrungen zu verbessern habt und so weiter. Ich freue mich ganz verrückt drauf und bleibt gesund, passt auf euch auf, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr ganz verrückt seid, drückt auf den Abo-Button, weil dann verpasst ihr nichts mehr hier auf unserem Kanal, dann kann ich euch immer wieder neues Material liefern, das nächste Video wird wieder ein Technik Video und wenn ihr noch ganz ganz riss seid, drückt er auch noch auf die Klingel, dann wird er auch noch benachrichtigt, wenn ich bis bis bald alles Gute aus Dingesbühl und bis zum nächsten Video Ciao Ciao